Ich kann das fahren. Oh, scheiße. Okay. Oh, fahren kannst du. Warte. Ich kann das fahren. Kann ich eine Runde so fahren? Nein, das ist sicherlich. Kann ich bitte alleine fahren? Das ist kalt. Ich geh noch mal. Ich geh weg. Aber ich kann das fahren. Ich wollte, dass du einem jemanden zum Geburtstag schenken. Und dann ist es kaputt gegangen. Und dann hab ich es einfach genommen. Ja, danke, dass du mich überfährst. Bitte? Ich habe ihn sehr lebt. Ich habe ihn sehr lebt. Ich krieg es kaputt. Wie viel, Aira? 10, nicht viel. Oh, schau mal. Mädchen. Schau, komm her. Komm her. Komm her, du Hör. Warte. Ich muss zurück, Mann. Nein. Ich komm zurück. Komm zurück. Batteriale. Das ist geil. Das ist geil. Mann, ey. Das ist geil. Das ist geil, das ist geil. Ja, das ist geil. Das ist geil. Ja, geil. Schau mal, diese kaufe ich mir. Okay, 25 Euro. Passt. Ja, passt schon. Ich nehme das. Ich nehme das in blau. Ich nehme das in blau. Weil Albin blau liebt. Vibriert das? Vibriert das? Huarei. Komm jetzt. Oh, schau mal. Das kaufe ich dir zum Geburtstag, okay? Das kaufe ich dir zum Geburtstag. Ist das nicht typisch? Soll ich dir das kaufen? Soll ich dir das zum Geburtstag kaufen? Stirb Monster. Probier es so. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich habe sie getroffen. Okay, hier. Und das ist... Hör auf. Das ist ein Laden. Ah. Scheiße. Au. Okay. Beruhig dich. Beruhig dich. Beruhig dich. Wir sind nicht im Villa. Heißt du. Wofür dich. Ich guck dir das. Ich guck dir das. Wofür dich. Ich guck dir das. Es guck dir das. Echt? Hey, was ist das? Vielleicht ist das auch nicht. Und wie brav zustande? Das ist Serbien. Das ist nicht Serbien. Das ist Serbien. Serbien ist rot-blau-weiß und nicht rot-weiß-blau. Ich dachte, du wirst sie schlagen. Okay, das ist Franzia. Was kaufe ich der Kleinen? Schau, sie ist Tante. Ich bin Tante gestern. Sie ist vor ein paar Tagen Tante geworden. Sie ist Diana. Okay, wir gehen. Nee, warte, 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 warte. Warte, das ist aber... Okay. Meine Nusch. Okay, passt. Wir gehen. Das ist geil. Das ist das Koffiestil. Echt? Das ist das Koffiestil. Ich kaufe dir diese Flügel. Verpiss, verpiss. Ey, was soll das? Sieben. Nein, nein, nein. Nee, ich kaufe dir ein Aquarium schon. Das funktioniert nicht. Ich kaufe dir das. Ich kaufe dir das. Mist. Okay, ich muss fahren. Okay, ich muss jetzt nach Polen fahren. Was ist das? Das ist nicht... Du kannst dich verletzen. Mama, Mama, nein, das ist böse. Das ist böse. Das ist scharf. Das ist scharf. Das gibt es ja. 4, 9, 9, 4, 1, oder so ein Schiff. Das ist scharf. Ich will aber nie. Ich will nur sagen. Diese Türke sagt auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ja, wir sind 10 Jahre alt, deswegen auf Wiedersehen. Wir haben uns jetzt... Shisha. Shisha, kauf mal Shisha. Für 15. Ja, das kaufst du mir das? Können wir gemeinsam so raufen, so. Ich kaufe dir diese Art. Welches? Dieses? Nee, ich kaufe dir dieses, was wir probiert haben. Wirklich? Zum Geburtstag? Ja. Wirklich? Zum Geburtstag, viel Glück. Zum Geburtstag. Oh nein, du sagst es ja mir, nicht mir. Zum Geburtstag, viel Glück. Danke und jetzt halt die Fresse. Happy birthday, Laura. Happy birthday to you. Das ist so geil. Heute scheiße, dass du geboren bist. Ohne dich wäre die Welt schon viel besser. Ich hoffe, dass dich einmal zu ohren tritt. Mit dem ohren tritt? Gerne heute, doch am besten noch gestern. Denn du nervst, 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 nervst. Egal, was du tust.